Wettkampfsbestimmung, das ist eine Runde Vergütung, der BAV behältigt über hunderte Fahrer aus dem Rennen zu nehmen. Hier sind Fabian Togel am Start. Peter, Zeit! Zeitmessung, okay. Und das war der Start-Trip für das Rennstrecke. Und das war der Rennstrecke, der an den Rennstrecke rennt. Und das war der Rennstrecke. 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 Das war's für heute. 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's.